Okay, raus können wir nicht mehr. Hier sind wir glaube ich raus eingekommen. Aber ich glaube, wir waren schon hier unten drin und da kam dann, kam dann irgendwer. Ich mache das Spiel noch ein bisschen lauter. Oh, nicht auf 10. Aber auf 2. Ja, das hört sich schon gut an. Oh ja. Gucken wir hier weiter. Nee. Mit der anderen Seite was. Ach, man kann nicht mehr so viel aufheben. Das war so. Das ist ein bisschen scheiße. Die Laterne gibt aber auch nicht viel mehr Licht. Warum sich die überall so kummi... Das ist diese Klingbeeren, Alter. Richtig häftig. So, wir kommen jetzt hier unten durch lang. Okay, hier sind irgendwelche Ventil... Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da steht hier 1. Das kann ich auch selbst lesen, dass da 1 steht. Hm. Kann man das jetzt hier an- und ausmachen oder was? Nee, geht nicht. Was hier? Irgendein Kohleklumpen, irgendein großer wahrscheinlich. Ähm. Gehen wir einfach mal weiter. Pans kommen abher. Ach. Ich wollte nur kurz den Chat aufmachen. Ja, rein. Pernis, irgendwann hat mir meinen Nick geklaut. Haha. Tja. Der Nick ist halt cool, ne? Wenn wir die da haben. Oh, hier beim zweiten. Was ist das hier? Kann man das an- und machen? Hm. Vielleicht erst mal zu. Ah. Oh. Jetzt brennt's. Okay. Das ist anscheinend so richtig. Hm. Keine Ahnung. Kolbensteuerraum. Kolbensteuerraum. Stopp! Glutöfen gefüllt. Glutöfen? Was für Glutöfen? Achso. Glutöfen gefüllt. Ja, ja klar. Das haben wir gefüllt. Ach, ich hab das Fragezeichen gar nicht gesehen. Eins. Zwei. Achso. Komm mal hierzu. Irgendwelche Zeichnungen. Oh, hier ist Text. In einer dieser deckelischen Stufe wurden mehrstammelungen geinstalliert. Im Zuge der Betäubung und des absoluten verstorben das Produkt oftmals stinkender Lämpfe aus, sein verdammt und sein gesammelt und kondensiert, und im Metamboiler zum Betrieb der Gesamtmaschine gut zu werden können. Äh, Energievorrat, Maschine, Punkte. Simpler Genießtrich. Hier vier, zwei, die sechs ist off. Oh, ist hier sechs off. Wo ist hier sechs? Hm. Hier ist die vier, die ist... Ah, okay, hier sind noch mehr. Ah, wahrscheinlich brauchen wir jetzt dann für die Dings, für die sechs ein paar Kohle. Deswegen liegen die hier überall rum. Ich leg mal welche hier rein. Mach hier wieder zu. Da kommt dann noch irgendeine Hexe. Rausgestürmt. Plot twist. Der Bösewicht ist nur mein Schwager Edgar und hat vergessen, sich zu schminken. Alles klar. Edgar. Edgar ist böse. Die drei ist auch on... äh, off. Hier. Ist doch die drei. Irgendwann ein bisschen Kohle rein. Dann denke ich mal, ist das schon gut. Machen wir an. Und brennt. Uh, wer läuft da? Wer läuft da? Da ist Blut an dem Hammer. Ich will den Blut Hammer auch haben. Ähm, so jetzt ist... Müsst ihr jetzt... Ja, genau, da ist jetzt on. Und wo ist jetzt die sechs? Da ist die sechs. Komm. Genug gelüftet. Was geht hier ab? Das ist die sechs. Die fünf läuft auch nicht. Doch, die fünf läuft. Fünf läuft. Sechs nicht. Sechs nicht. Zack. Okay, cool. Hier ist keine Kohle mehr. Langt ein Stück? Komm, ein Stück langt doch, oder? Boah. Alter. Nee, langt nicht. Brauchen zwei Kohlestücke. Lukas, lach doch mal. Bremser, Penis. Ja. Lachen ist teuer. Ey, Mann. Hier ist keine Kohle. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. 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 Komm mit, Kohle. Endlich klinge jemand. Kohle. Sechs. Also macht er ein bisschen. Feuer und Stahl. Stahl. Die Feuer werden geschürt. Gute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und dasselbe ist. Und das sind die Kolben von einem Zentrieren. So ist es, die Betriebe werden dieses Steuersystem zu finden, sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Sammiteur nach, oder nach dem ich einfach veröffentlicht habe. Ja, wer ist der Sammiteur? Wer ist der Übertäter? Ja, der Duncan ist der Übertäter. Ja, die zentrale Steuerung muss ja die hier vorne gewesen sein. Hier die. Aber einfach mal alles auf Volldampf! Bäm! So, was passiert jetzt hier? Da, da, da bewegt sich irgendwas. Das liegt, das ist ein Kolben. Und jetzt? Und jetzt? Es wird alles dunkel. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Was ist jetzt? Muss ich zurück, oder was? Oh, da ist gar kein Bug drauf. Hallo? Ja, ist immer noch zu. Ich bin hier raus! Jungs! Puh! Ah, nee, das ist der Kolben. Ich hab schon gedacht, was ist hier vor mir? Hallo? 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 Oh mein Gott. Ja! Habt ihr es gesehen? Das ist ein Schweinchen! Schweinchen! Hallo? Schweinchen? Grunz, grunz. Ich bin ein kleines... Ha! 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 Die Lampe flaggert. Ein kleines Schweinchen und das ist meine Schnauze. Oink, 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 oink. Oink. Puh! Zu! Du Scheiße! Du Scheiße! Ich mach weiter runter. Man sieht keine fünf Meter weit. Ha! Ach, das ist ein tolles zu. Na toll. Super. Super! Da hinten sind irgendwelche Werkzeuge, da will ich nicht hin. Vielleicht kommt das Schwein an und zieht mir meine Nase raus. Oh, meine Nase ist doch so schön. Hallo? Boah, Alter, diese Riesenkolben. Krass! Oh mein Gott. Ah! Oh! Was? Was? Was zum Teufel? Was? Bei deinen Videos wird meine Hase immer so hart. Ja, meine auch. Wenn ich die mache. Oh mein Gott! Hallo? Oh mein Gott! Ein Schweinchen kommt auf... Oh mein Gott! Ein Schweinchen kommt auf mich zu! Ah! Schweinchen! Ich tu dir nichts! Meine Schweinchen! Was ist ab von mir, Schweinchen? Hey, hier drauf! Hey, hier drauf! Hier drauf! Geht nicht. Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott! Das ist ja immer noch da. Geh doch weg, Schweinchen! Was muss ich machen? Ah! Du scheiß Schwein, Alter! Du hast mich geschlagen! Wo bist du? Ja, Alter. 1 gegen 1! Hey! Aua! Das ist hässlich! Weißt du, dass du bist hässlich! Hässlich bist du! Aua! Hässlich! Ich bin tot. Aua! 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 Wo bin ich jetzt? Hey, ich... Ich bin auf diesen... Ich bin auf den... Ich bin auf den Container gespielt! Warum flimmert die... Warum flimmert die denn so? Warum flimmert das so? Ach, weil da das Schweinchen ist. Es... Es kommt mir hinterher! Was muss ich denn machen? Man! Was soll was? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Eber-Täter ist da! Der Eber-Täter! Muss ich hier auf? Nein, muss ich auch nicht. Ich will aufs Fließband. Ich will... Deine Fließbandarbeit machen! Und da hat es irgendwie schon ein bisschen geleckt. Oh mein Gott. Ja, da ist anscheinend auch der Team ein bisschen abgekackt. Keine Ahnung warum. Ja, da ist das Schweinchen. Da ist das... Da ist das Schweinchen. Der Eber-Täter. Und wo war es so... Aua! Aua! Oh du fucking Schweinalltag! Geh weg, du Missgeburt! Was soll ich denn hin, Mann? Ich zöge einen scheiß Schweinekeller und schlachte dich! Hey, hier war ich noch nicht, oder? Da, ich will da hin! Da sieht es toll aus. Doch hier war ich wohl! Hier ist doch der Kittel! War hier immer alles schon. Oh, guck mal hier. Ne, ist doch nichts. Hey, aber das Schwein ist weg. Ja, ich bin ja sicher. Vielen Dank.